Über die Potsdamer Straße erreichte ich Brandenburg an der Havel und dann ging es durch die St. Annenstraße in die Steinstraße. In die Steinstraße Nr. 61. Mein Name ist Theodor Fontane. Ganz genau, Fontane 2.0, das Update, die heutige Ausgabe. Wir stehen hier in der Steinstraße 61, früher Postkutschenstation. Heute sitzt der Generalstaatsanwaltschaft des Landes Brandenburg. Diese Stelle erreichte ich im Oktober 1840. Ich kam aus Berlin und war in den Wanderjahren als Apothekergehilfe. Und das war mein erster Aufenthalt in der Havelstadt Brandenburg.